Unsere Existenz zeichnet sich durch drei Wahrheiten aus, die traditionell auch die drei Zeichen genannt werden. Vergänglichkeit, Leiden und Ichlosigkeit. Diese Worte klingen bedrohlich, obwohl sie die fundamentale Ebene unserer Existenz genau beschreiben. Man gelangt leicht zu der Vorstellung, dass Vergänglichkeit, Leiden und Ichlosigkeit negativ sind, was der Annahme gleichkommt, dass unsere grundlegende Situation negativ ist. An Vergänglichkeit, Leiden und Ichlosigkeit ist jedoch durchaus nichts Schlechtes. Man kann sie sogar feiern. Unsere grundlegende Situation ist voller Freude. Vergänglichkeit ist das Gute an der Wirklichkeit. So wie die Jahreszeiten im ständigen Fluss sind, Winter zu Frühling, Frühling zu Sommer und Sommer zu Herbst wird, so wie der Tag zur Nacht, hell zu dunkel und wieder zu hell wird, auf genau die gleiche Weise befindet sich alles in ständiger Entwicklung. Vergänglichkeit ist die Essenz von allem. Durch sie werden Babys zu Kindern, dann zu Jugendlichen, Erwachsenen, schließlich zu Alten. Und irgendwo auf diesem Weg stirbt man. Vergänglichkeit ist Begegnung und Trennung. Vergänglichkeit ist sich verlieben und die Liebe wieder verlieren. Vergänglichkeit ist bittersüß. Man kauft sich ein neues Hemd und findet es Jahre später als Teil einer Patchwork-Decke wieder. Die meisten Menschen haben keinen Respekt vor der Vergänglichkeit. Wir freuen uns nicht an ihr, tatsächlich verzweifeln wir an ihr. Wir sehen sie als Schmerz. Wir versuchen, uns ihr zu widersetzen, indem wir Dinge herzustellen versuchen, die ewig halten, die wir nicht waschen müssen, die wir nicht bügeln müssen. Irgendwann in diesem Prozess des Leugnens der Tatsache, dass die Dinge sich laufend verändern, verlieren wir das Gefühl für das Heilige am Leben. Wir vergessen, dass wir Teil der natürlichen Gegebenheiten sind. Vergänglichkeit ist ein Prinzip der Harmonie. Wenn wir uns nicht gegen sie wehren, sind wir in Harmonie mit der Wirklichkeit. Diese Verbundenheit wird in vielen Kulturen gefeiert. Alle Übergänge des Lebens, von der Geburt bis zum Tod, alle Begegnungen und Trennungen, das Ziehen in den Kampf, das Gewinnen des Kampfes und das Verlieren des Kampfes, werden durch Zeremonien hervorgehoben. Auch wir können die Vergänglichkeit anerkennen, achten und feiern. Was aber ist mit dem Leiden? Warum sollte jemand das Leiden feiern? Klingt das nicht nach Masochismus? Unser Leiden beruht zu einem großen Teil auf Angst vor der Vergänglichkeit. Unser Leiden wurzelt weitestgehend in unserer einseitigen Sicht der Wirklichkeit. Von wem stammt bloß die Idee, dass Glück ohne Leiden zu haben wäre? Diese Vorstellung wird bei uns überall propagiert und wir glauben daran. Doch Schmerz und Vergnügen gehören zusammen. Sie sind untrennbar. Man kann sie feiern. Sie sind gewöhnlich. Geburt ist schmerzhaft und freudvoll. Tod ist schmerzhaft und freudvoll. Jedes Ende ist der Anfang von etwas Neuem. Schmerz ist keine Strafe. Freude ist keine Belohnung. Inspiration und Jammer sind nicht voneinander zu trennen. Wir möchten den Jammer loswerden, statt zu untersuchen, wie er mit der Freude zusammenhängt. Es geht darum, keiner Seite den Vorzug zu geben, sondern angemessen mit dem umzugehen, was wir vorfinden. Inspiration und Jammer ergänzen einander. Wären wir ständig inspiriert, würden wir arrogant. Würden wir uns nur jämmerlich fühlen, verlören wir unsere Vision. Inspiration heitert uns auf und lässt uns erkennen, wie weit und wunderbar unsere Welt ist. Jammer macht uns demütig. Die Größe unserer Inspiration verbindet uns mit den geheiligten Aspekten der Welt. Wenn das Blatt sich dann wieder wendet und wir uns jämmerlich fühlen, werden wir weicher. Jammer bringt unser Herz zur Reife. Er wird die Grundlage dafür, dass wir andere verstehen. Wir können sowohl die Inspiration als auch den Jammer feiern. Wir können groß und klein gleichzeitig sein. Können wir auch die Ichlosigkeit feiern? Oft stellen wir uns Ichlosigkeit als großen Verlust vor. In Wirklichkeit jedoch ist sie ein Gewinn. Das Anerkennen der Ichlosigkeit, unseres natürlichen Zustands, ist, als würden wir nach langer Blindheit unser Augenlicht zurückgewinnen oder nach langer Taubheit plötzlich wieder hören können. Ichlosigkeit ist mit den Strahlen der Sonne beschrieben worden. Die Sonne strahlt einfach. Genauso strahlt Wachheit, sobald wir nicht mehr ausschließlich mit uns selbst beschäftigt sind. Ichlosigkeit ist dasselbe wie grundlegende Gutheit oder Buddha-Natur, unkonditioniertes Sein. Sie ist das, was wir immer besitzen und niemals wirklich verlieren können. Ich- oder Ego ließe sich definieren als das, was unsere grundlegende Gutheit verdeckt. Und was verdeckt unser Ich aus der Sicht der Erfahrung? Es verdeckt unsere Erfahrung, einfach hier zu sein, einfach voll da zu sein, dort, wo wir gerade sind, und so mit der Augenblicklichkeit unserer Erfahrung umzugehen. Ichlosigkeit ist ein Geisteszustand, der sich durch vollständiges Vertrauen in die Heiligkeit der Welt auszeichnet. Sie ist bedingungsloses Wohlergehen, bedingungslose Freude, die alle verschiedenen Qualitäten unserer Erfahrung umfasst. Wie können wir aber Vergänglichkeit, Leiden und Ichlosigkeit in unserem Alltag feiern? Wenn sich Vergänglichkeit in unserem Leben zeigt, können wir sie als Vergänglichkeit erkennen. Auf besondere Gelegenheiten müssen wir dabei nicht warten. Wenn unserem Füller mitten in einem wichtigen Brief die Tinte ausgeht, können wir das als Vergänglichkeit erkennen, als Teil des Lebenskreislaufs. Wenn jemand geboren wird, erkennen wir es als Vergänglichkeit. Wenn jemand stirbt, erkennen wir es als Vergänglichkeit. Wenn unser Auto geklaut wird, erkennen wir es als Vergänglichkeit. Wenn wir uns verlieben, erkennen wir es als Vergänglichkeit und lassen diese Erkenntnis die Kostbarkeit der Empfindung noch verstärken. Wenn eine Beziehung endet, erkennen wir das als Vergänglichkeit. Jeder Tag hält zahllose Beispiele von Vergänglichkeit bereit, vom Augenblick an, wo wir die Augen aufschlagen, bis wir einschlafen und sogar in unseren Träumen. Vergänglichkeit als Vergänglichkeit zu erkennen, ist eine 24-Stunden-Übung. Danach können wir unsere Reaktion auf die Vergänglichkeit untersuchen. Hier kommt die Neugier ins Spiel. Gewöhnlich reagieren wir auf alles, was in unserem Leben geschieht, ausschließlich gewohnheitsmäßig. Wir sind wütend oder entzückt, begeistert oder enttäuscht, ohne jede Intelligenz oder Munterkeit. Wenn wir Vergänglichkeit jedoch als Vergänglichkeit erkennen, können wir auch sehen, wie unsere Reaktion auf die Vergänglichkeit aussieht. Das nennt man Achtsamkeit, Gewahrsein, Neugier, Aufmerksamkeit, Aufpassen. Aber welchen Namen wir auch benutzen, die Übung uns selbst ganz und gar kennenzulernen, ist äußerst heilsam. Wenn sich Leiden in unserem Leben zeigt, können wir es als Leiden erkennen. Wenn wir bekommen, was wir nicht wollen, wenn wir nicht bekommen, was wir gerne hätten, wenn wir krank werden, wenn wir altern, wenn wir sterben. Sobald diese Dinge in unserem Leben sichtbar werden, können wir Leiden als Leiden erkennen. Und auch dann können wir wieder neugierig sein und achtsam unsere Reaktionen wahrnehmen. Normalerweise würden wir entweder wütend werden und uns irgendwie betrogen fühlen oder wir wären entzückt. Wie immer unsere Reaktion auch aussieht, normalerweise ist sie gewohnheitsmäßig. Stattdessen könnten wir aber auch beobachten, wie ein Impuls entsteht und wie dieser Impuls uns ins Schleudern bringt. Ins Schleudern zu kommen ist weder gut noch schlecht. Es geschieht einfach als Reaktion auf die Freude und das Leid unserer Existenz. Ohne Urteil oder die Absicht, unsere Lage zu verbessern, können wir den Prozess einfach beobachten. Wenn Ichlosigkeit entsteht, können wir sie als Ichlosigkeit erkennen. Einen frischen Moment, die klare Wahrnehmung eines Geruchs, eines Anblicks oder eines Klangs, ein Gefühl des Sich-Öffnens für Emotionen oder Gedanken, statt uns in das Schneckenhaus unseres engen, begrenzten Selbst zurückzuziehen. Wenn wir die offene Weite in unserem Leben wahrnehmen, wenn wir in unseren ständigen Selbstgesprächen eine Lücke ausmachen, wenn wir plötzlich bemerken, was sich vor uns befindet, wenn wir einen frischen, klaren, unzensierten Blick auf die Wirklichkeit riskieren, können wir Ichlosigkeit entdecken. Das muss keine große Sache sein. Ichlosigkeit ist stets verfügbar als Frische, Offenheit und Freude an unseren Sinneswahrnehmungen. Erstaunlicherweise erleben wir Ichlosigkeit auch, wenn wir nicht wissen, was los ist, wenn wir unseren Bezugspunkt verloren haben, wenn wir uns erschrecken und unser Geist stehen bleibt. Auch dann können wir unsere Reaktionen beobachten. Manchmal öffnen wir uns noch weiter, manchmal machen wir ganz schnell zu. Auf jeden Fall können wir Ichlosigkeit, wenn sie sich in unserem Leben zeigt, als Ichlosigkeit erkennen. Wir können neugierig sein und achtsam unsere Reaktionen auf das wahrnehmen, was als nächstes passiert. Häufig wird in den Lehren der Friede als viertes Zeichen der Existenz genannt. Hier ist mit Frieden allerdings nicht das Gegenteil von Krieg gemeint. Es handelt sich um das Wohlergehen, das wir finden, wenn wir die unendlichen Gegensätze als einander ergänzend begreifen. Wenn es Schönheit gibt, muss es auch Hässlichkeit geben. Wenn es richtig gibt, muss es auch falsch geben. Weisheit und Unwissenheit lassen sich nicht trennen. Das ist eine alte Wahrheit, die Männer und Frauen wie wir seit Urzeiten immer wieder entdecken. Kultivieren wir die Neugier von Augenblick zu Augenblick, finden wir von Tag zu Tag mehr von diesem Frieden und beginnen zu begreifen, worüber in den Heiligen Schriften ständig gesprochen wird. Halten Sie also nichts für selbstverständlich und glauben Sie nicht alles, was man Ihnen erzählt. Suchen Sie, ohne zynisch oder leichtgläubig zu sein, nach der lebendigen Qualität des Dharma. Erkennen Sie Vergänglichkeit, Leiden und Ichlosigkeit auf der Spülsteinebene. Seien Sie neugierig auf Ihre Reaktionen. Finden Sie selbst heraus, was es mit dem Frieden auf sich hat und ob es stimmt, dass unsere ursprüngliche Situation voller Freude ist. Finden Sie selbst heraus, was es mit dem Frieden auf sich hat.